Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Go Home Dinosaurs Wir sind immer noch in dem 100% Run dabei, sind jetzt bei Inwelt 3, Level 3 Und gucken mal, ob wir das hier hinkriegen Ich bin mir gar nicht so sicher, was wir da beim letzten Mal falsch gemacht haben Ja, ähm Oh, ich sehe schon Velociraptoren und die schnellen Viecher Da muss ich mal eben gucken, wie ich das am besten mache Die schnellen Viecher muss ich doch, glaube ich, irgendwie verlangsamen Oh, scheiße, ich brauche einen Subwoofer Ich brauche auf jeden Fall Subwoofer Ich nehme einfach mal zwei Subwoofer mit Ähm, zwei Stück Dann würde ich sagen, nehme ich mit Äh, irgendwas, was verlangsamt Was aber auch gar nicht so Gar nicht so einfach ist, das hier einzubauen Weil, wenn ich da, könnte ich da ein Subwoofer Ich bin mir gar nicht so sicher Ähm Den zweimal Und TNT-Fässer TNT-Fässer ist immer das Wichtigste von allem So, dann gehen wir mal da hin Und Hauen die blöden Säcke da weg So, haben wir den schon mal recht Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das die Lösung ist Ey, drück doch das Warum drückst du denn das Teil nicht? Das kann doch nicht wahr sein Das ist doch scheiße jetzt Ach, das ging schon wieder nicht Doch, da ging es So, ich muss den da noch abwehren So, den haben wir abgewehrt Jetzt, oh, jetzt kommen schon die Flugviecher Das ist nicht gut Das ist nicht gut Gut, den haben wir schön abgewehrt Kann ich da jetzt drauf rumdrücken Ja, konnte ich Super Äh, da noch einen Ach, scheiße Ich hab wieder Kein, nichts für Zapfen vorüber Scheiß, Dreck So, das haben wir geschafft Oh, scheiße Oh, 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 oh Wow, war das knapp War das eine knappe Geschichte So, jetzt haben wir das auch Schon wieder hier Den können wir nochmal drücken Um die zurück zu Abzuwehren So Nächste Wäre es jetzt sinnvoll, den hier zu bauen? Ich weiß es nicht Doch, der Das ist sinnvoll Hallo, warum Ich bewege mich nicht mehr Ich hab mich nicht mehr bewegt Warum hat er sich nicht mehr bewegt Der blöde Sauhund Oh, Mann, ey Ist das nicht ärgerlich Mann, es hätte doch fast geklappt Ist doch alles Schrottig So, nochmal Bild muss ich gleich zurückklappen So, den schon mal anvisiert So, und wenn der gleich ansetzt Ich kann den wieder nicht anklicken Das ist zum Heulen So, das ist der nächste Dann jetzt einmal Hier so Das würde ich schon relativ früh verletzen Das nächste ist dann Und das Fassen Sehr schön Das hat so weit geklappt Jetzt muss ich hier mal ein bisschen was machen Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann Und so wie es ausschaut Brauche ich das fast gleich nochmal Ja Da schaut's richtig So, weil er öfters abwehren kann Ich muss jetzt sehen, dass ich vielleicht noch so ein Geschütz baue Weil sonst habe ich gleich ein ganz gewaltiges Problem Und ich weiß nicht, wie ich das lösen soll Den muss ich so mal machen Und ich krieg's kotzen Ich krieg das kalte kotzen In diesem scheiß Level Ich weiß nicht, wie ich's lösen soll Ich weiß echt nicht, wie ich's lösen soll Was kann ich denn da noch machen Ich hab nicht denn irgendwelche Chancen Irgendwas zu Ein Laser wird's Bringt's echt nicht Oder bringt's ein Laser was Ich weiß es nicht Ich brauch auf jeden Fall was, was nicht ganz so Oder ich muss hier einen Elektroschocker mit einbauen Warte mal, dass ich einen fast weniger nehme Und dafür einen Elektroschocker Oder einfach nur langsamer machen mit denen Ich bin mir nicht sicher Ich muss es nochmal testen So, dass ich dann vielleicht als erstes den Wenn's überhaupt klappt Ja doch, das müsste klappen Ach, scheiße, was mach ich denn da? Muss ich den so aufhalten So, den erstmal so aufhalten So, da haben wir jetzt schon Magie Dann kann ich hier den Noch nicht beim da so anbauen So, da einmal hin So, das haben wir so weit hin gekriegt Oh, 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 oh Mist Gut, den haben wir auch Dann würde ich sagen Jetzt hier mal den Subwoofer So in die Richtung Mal wieder hin Und die schönen kaputt machen Sehr schön Das klappt soweit. Und das sieht auch schon etwas besser aus wie gerade die Aktion. Ja, 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 sehr schön. So, jetzt haben wir dann noch einen Subwoofer zur Verfügung. Den könnten wir theoretisch hier hinstellen. Ja, so. Und jetzt kann ich ein bisschen sammeln für die anderen Geschütze. Gut, das klappt soweit. Die Elixiraptorin muss ich hier nochmal aufwehren. Gut, das hat geklappt. Dann gehen wir jetzt hier wieder hin. Geht da hin. Jetzt sind wir bei sieben. Den können wir hier nochmal absichern. Hi, Glitzblechler. Das ist doch schon sehr anspruchsvoll. Aber wir müssen es jetzt eigentlich mit der Kombination geschafft haben. Ach, man muss einfach nur ein bisschen Geduld haben. Nicht immer sofort ausfüllen. Und das geht ja dann doch, die hier reinzubauen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Die haben wir, glaube ich, die anderen Versuche gar nicht eingesetzt, um das zu verlangsamen. So, das Tor ist geschlossen. Aus ihrer Höhle kommt keiner mehr raus. Und damit haben wir Welt 3 komplett zu 100% beendet. Und wir können uns in Welt 2 begeben. Welt 1 ist ja zu 100% abgeschlossen. Von daher bleibt jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. So, alles fertig. Und wir gehen in Welt 2. Welt 1 war fertig. Ja, Welt 1 war fertig. Dann würde ich sagen, Welt 2, 17. Da musste ich jetzt mal eben gucken. Weil jetzt haben wir ja wesentlich mehr Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. So, die werden zurückgeportet. Das sind alles nur die großen. Das heißt, ich werde auch einen Stampfer auf jeden Fall benutzen. So, einen Stampfer. Dann einmal den Meteoritenschlag. So, den Meteoritenschlag. Und davon kommt keiner. Also bringt mir das nicht wirklich was. Machen wir den nochmal. Noch einen zweiten Stampfer. Und dann muss aber auch gut sein. Mit den Bomben. Zack, 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 zack. Da könnten wir ja theoretisch schon einen Stampfer einbauen. Und den dann einmal verklopfen. Das ist jetzt das Erste, was mich ein bisschen beunruhigt. Ach, scheiße. Da kann ich gar keinen hinsetzen. Mist. Also, Karte wieder zurück. Und. Ach, geht da gar nicht hin. So Mist. Muss ich den hier hin machen. Das ist, ja gut, das ist, ja gut. Entschuldigung, das war jetzt ein absoluter Fehlschlag. So Mist. Ähm. Ja, ich werde es nochmal mit dieser Technik versuchen. Den ersten lassen wir natürlich wegporten. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist, ähm, hier ein bisschen Freiräumen für, da kümmere ich mich jetzt nicht großartig zu um den ersten, um den zweiten, wenn überhaupt, kümmere ich mich. Ich muss nämlich erst den Meteoriten-Schlag einmal brauchen. So, den haben wir nämlich da. Dann könnten wir den nämlich hier so hinsetzen. So, einmal befreit bitte. So, die sind nämlich jetzt... Komm, beide weg, das ist gut. Gut. Hier bauen wir... Ach, wir könnten hier keinen Stammverein bauen. Bauen wir gar keinen Stammverein. Und, das war schon wieder scheiße, was ich da gefabriziert habe. Ach, du. Was? Wieso? Du hast dich doch aufgebaut. Oh, Mann. Ach, Mann, geht mir das gerade auf den Zeiger. Diese blöden Wehle-Ziraptoren-Schweine. So, die sammeln. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Dann da. So, die haben wir. So, die können wir jetzt einmal hier auf... Warte. Ja, doch einmal so aufbauen. Das sieht schon mal ganz gut aus, weil wir hatten wir beim ersten Mal ja nicht hier an dieser Stelle. Und wir können hier einen Stamm verbauen. Gut, die sind beide weg. So, dann haben wir hier vielleicht noch einen zweiten Stampfer. Vielleicht war das auch keine gute Idee, sondern ich hätte vielleicht erst mal den, ähm, Meteoritenschlag bauen sollen. Ich glaube, das wäre die bessere Idee gewesen, aber was soll's. Jetzt können wir halt auch nichts mehr dran ändern. Dann müssen wir wahrscheinlich mit, ähm... Arbeiten wir dann damit. Ist auf jeden Fall etwas besser, weil dann... Ach, Mann, 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 Mann. Da kommt die erste Dinosplosion. Mist, 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 geht nicht. Das müssen wir so machen. Na, komm. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Dann jetzt den... Meteoritenschlag rein. Jawohl. Ich weiß nicht, was dieses Button macht. So, das hat geklappt. Jetzt brauche ich nur noch einmal... Komm, komm, eine noch. Gut, die werden wir auch weg. Jetzt haben wir noch einen Fass, was wir brauchen. Und dann sind wir hier soweit durch. Ich vergesse aber auch immer selber, noch mit drauf zu schießen. So, die werden, glaube ich, jetzt gleich als nächstes geportet, oder? Ich setz mal hier. Jawohl. Jetzt haben wir nur noch die... ...den jetzt hier Raptoren und den... ...die geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, die alte. Aber, das sieht aus, als ob die nicht weit kommen. Hier, die zwei kann ich noch einsammeln. Und dann haben wir das Level nahezu geschafft, so wie es aussieht. Auch zu 100% nach dem zweiten oder dritten Versuch. Ich weiß, das ist geil. Ich glaube, wir haben nur dieses... Ach ja, wir haben davor noch die Eiswelt beendet. Meine ich zumindest, dass es so gewesen wäre. So, schön alles wieder einsammeln. Und fertig mit dem Level. Auch drei Schnitzels erobert. Wir haben jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gar, boah, sind das noch viele Level, die wir vor uns haben. Aber wie es hier weitergeht mit dem 100% dran, seht ihr morgen im nächsten Part. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Ich bin der Crazy Bane und bin raus. Ciao.